Der Kölner Dom steht auf historischem Boden. Die Übersicht zur Baugeschichte zeigt, dass die Kirchen immer am gleichen Platz errichtet und immer größer wurden. Im 5. und 6. Jahrhundert waren die Gebäude gut 25 Meter lang. Dann entwickelten sie sich weiter, von fast 100 Metern bis zum rund 144 Meter langen gotischen Dom. Eine der größten Kirchen der Christenheit. Schon vor 2000 Jahren war dieses Areal bebaut. Damals war Köln Hauptstadt der römischen Provinz Niedergermanien und seit dem ersten Jahrhundert der bedeutendste Ort am Niederrhein. Wir befinden uns in der Nordostecke der Stadt. In diesen Stadtvierteln gab es damals große luxuriöse Stadtvillen. Die Straßen waren von Säulengängen begleitet. Ganz im Osten des späteren Domes lag ein römisches Haus mit Atrium, von dem ein Wasserbecken bekannt ist, hier im Bildvordergrund. An dieser Stelle entstand später die Taufkirche der Kölner Kathedrale. Im Jahr 355 eroberten die Franken die Stadt Köln. Sie zerstörten viele Gebäude. Aber schon 356 konnten die Römer die Stadt zurückerobern und wieder aufbauen. Sie brachen beschädigte Gebäude ab, schütteten erdreich auf und glichen so die Höhen im Ostteil des Domgeländes an die im Westteil an. Wohl im fünften Jahrhundert entstand hier an der Straße neben der Stadtmauer ein erster größerer Bau, oben rechts im Bild. Vermutlich war das Gebäude schon eine erste Kirche. Es sind aber zu wenige Mauerreste und Böden im Inneren erhalten, um eine sichere Bestimmung zu ermöglichen. Im Bildvordergrund ist über dem römischen Wasserbecken ein Bau zu sehen, der möglicherweise schon als Taufkapelle eingerichtet war. Bis in das fünfte Jahrhundert, also bis zum Ende der Spätantike, bleibt das römische Stadtbild noch erkennbar. Die frühmittelalterliche Stadt gewinnt an Profil. Seit der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts kann die Bischofskirche archäologisch eindeutig nachgewiesen werden. Östlich des Kirchenbaus aus der Merowinger Zeit ist jetzt die Taufkirche, das Baptisterium in der ältesten gesicherten Bauphase zu sehen. Im Inneren der Kirche ist der Unterbau für eine schlüssellochförmige Kanzelanlage gefunden worden. Solche sogenannten Ambo-Anlagen gab es gegen Ende des 6. Jahrhunderts. Weit in den Kirchenraum vorgeschoben, wurde von hier das Evangelium verkündet. Das Baptisterium besaß ein großes, prachtvoll ausgestattetes, achtseitiges Becken mit Säulen auf dem Rand. Sie trugen einen Aufbau zur Anbringung von Vorhängen, ein sogenanntes Ziborium. Die Piscina ist heute noch östlich des Domes erhalten. Die Kirche in der Nordostecke der Stadt wird mehrmals umgebaut und erweitert. Am Ende seiner Entwicklung ist der Dom der Merowinger Zeit fast auf die doppelte Länge gewachsen. Diese Bauphase bestand bis in die Karolinger Zeit, also bis um 800. Östlich des Domes sieht man die letzte Bauphase des Baptisteriums. Im 9. Jahrhundert wird sie durch einen Friedhof ersetzt, der bis heute besteht. Die archäologischen Befunde lassen die Vermutung zu, dass die frühe Karolinger zeitliche Bauphase eine Erweiterung des Gebäudes aus dem 6. und 7. Jahrhundert war. Es wäre aber auch möglich, den Westteil der Kirche als eigenen, kleineren Raum zu rekonstruieren. Im Inneren der Kirche der Zeit um 800 gab es unterschiedliche Bodenhöhen. In der Mitte befand sich ein wahrscheinlich seit dem 6. Jahrhundert verehrtes Grab, das über dem Boden sichtbar gestaltet war. Östlich bestand ein herausgehobener Bereich, der den Liturgen vorbehalten war, mit zwei Kanzeln. Solche Anlagen sind aus den Kirchen Roms dieser Zeit gut bekannt. Im 9. Jahrhundert bessete man die alte Stadtmauer nochmals aus. Sie diente dann auch als Basis für aufliegende Gebäude. Den Dom brach man nach 800 ab. Der alte Dom, 873 geweiht, war über 100 Meter lang und erstreckte sich mit seinem großzügigen Westatrium bis an die alte römische Hauptstraße. Im Süden blieb Platz für die Anlagen des bischöflichen Palastes. Kirche und Gesamtanlage zählten zu den größten Bauten dieser Art in Europa. Östlich des alten Domes bestand mit St. Maria ad gradus eine weitere Kirche. Der Dom selbst ist seit dem Frühmittelalter dem heiligen Petrus geweiht. Das Innere des alten Domes aus der Karolinger Zeit ist durch Ausgrabungen sehr gut bekannt. Vom unmittelbaren Vorgängerbau der heutigen Kathedrale sind fast alle Grundmauern erhalten. Auch Reste der kostbaren Fußböden wurden gefunden. Um 1025 zeigt ein Kodex aus der Kölner Dombibliothek, wie der Stifter der Priester Helinus das Buch dem heiligen Petrus als Patron des Kölner Domes überreicht. Der dargestellte Bodenbelag zeigt, wie der Fußboden im alten Dom ausgesehen hat. Im oberen Bildfeld ist der alte Dom zu sehen. Das Bild ermöglicht seine detaillierte Rekonstruktion. Der alte Dom besaß im Osten und Westen eine Absis, Querhäuser und im Westen Türme. Auf der hinter dem Dom liegenden Stadtmauer waren jetzt Aufbauten entstanden. Im Süden vor dem Dom repräsentative Zugangsbauwerke und rechts die Pfalzkapelle des Erzbischofs. In der Übersicht ergeben sich folgende Bauentwicklungen. Römische Häuser. Zum tiefer gelegenen Ostteil des Geländes schufen Treppenanlagen Übergänge. Erstes größeres Gebäude im Ostteil des Domgeländes aus der Spätantike. Umgebaut im beginnenden frühen Mittelalter. Der Dom der Merowingerzeit. In dieser Kirche blieb nur eines der im Inneren der Vorgängerphase angelegten Gräber sichtbar. Letzter Bauzustand des Domes aus der Merowingerzeit. Die Kirche erreicht nun fast die Länge des nachfolgenden alten Domes. Der alte Dom. Die Kirche der Karolingerzeit ist bis ins 11. Jahrhundert in alle Richtungen gewachsen. In dieser Form bestand der alte Dom bis 1248. Der Grundstein zum gotischen Dom ist wahrscheinlich im Bereich der Chorfundamente zu suchen. Die alte Stadtmauer war durch eine gewaltige Erweiterung des Mauerrings funktionslos geworden. Chor und Innenausstattung entstehen in verhältnismäßig kurzer Zeit. Schon 1322 kann der neue gotische Teil geweiht werden. Bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts waren vor allem die südlichen Seitenschiffe fertiggestellt und die unteren Bereiche des Südturmes, sodass sie Glocken aufnehmen konnten. Die Kirchenschiffe konnten bis ins frühe 16. Jahrhundert fertiggestellt werden. Statt des geplanten Hauptportals war es aber nur möglich, den Eingang weiter im Kircheninnern anzulegen, da der Nordturm noch fehlte. Zwischen 1842 und 1880 stellte man den Kölner Dom nach den alten Plänen fertig. Bis zu den Zerstörungen durch die Fliegerbomben des Zweiten Weltkriegs behielt er dieses Erscheinungsbild. Die mittelalterlichen Bauphasen in der Übersicht. Der alte Dom, Nachabbruch der Osthälfte, der fertiggestellte gotische Chor, südliches Seitenschiff und Südturm sind fast fertig. In dieser Form stand der Dom für mehr als 300 Jahre. Der Kölner Dom wird oft als perfekte gotische Kathedrale angesehen. Die Türme sind nochmals mehr als doppelt so hoch wie das Hauptschiff. An der Südseite des Südturmes wurde zum ersten Mal ein Zugang von außen geschaffen. Fertiggestellt im Jahr 2009 kann man seitdem durch das Fundament zwischen die Turmunterbauten gelangen und von hier aus auch einen Blick in die Ausgrabung werfen, die mit geführtem Rundgang besucht werden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.